Fuh Bebe, hallo Fuh, denn I know that you would do this video will be in German, so please activate the subtitles. Leute, Jokolade, alle 4 Sorten. Check this out. Wir fangen an mit der Nummer 1, mit caramelisierten Haselnüssen, Koffe, Biscuits und Baiser. Die ist weiß und wir haben schon recht viel weggeknabbert, aber jeweils eine Reihe ist noch da. Chocolat ist wahnsinnig gut. Haselnuss und Kaffee sind gar nicht so präsent. Hier im Hintergrund aber schön gemacht, sehr guter Start, 8 Punkte. Die Nummer 2 ist Milchschokolade mit Banane, caramelisierten Biscuits. Einer so ein bisschen an Doppelrohne. Arom wirklich ganz interessant. Nummer 2 auch 8 Punkte. Nummer 3 mit Koffe, Biscuits und Toffee. Kaffee kommt hier stärker durch. Erst bei der ersten. Ganz nice. Dafür gibt es 7 Punkte. Und die letzte ist eine dunkle Schokolade mit Birne Brownie und carbonisierten Mandeln. In Bisse kommt stark durch. Johann wird wenig brotet. Birne gibt ziemlich große Pfeil somewhere. Und hatten ещё alcohol Zaun kieoses Glulus. Und da fehlt zwei 방송افie mitरief. Das war's für heute, lasst mich wissen, ob ihr die Outro probiert habt. Comment, like, subscribe, of course my channel, bring the beans, see ya.